Das ist die beste Mario Odyssey Mod, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe schon so einige Mario Odyssey Mods und Custom Maps gespielt. Was geht? Alles schicko! Willkommen zu einem neuen Stream und es gibt eine neue Mario Odyssey Custom Map. Ich weiß nicht genau, wie der Creator ausgesprochen wird, aber ich glaube Armethyst. Und Armethyst ist eigentlich so der beste oder die beste Mario Odyssey Custom Map Erstellerin. So, liebe Freunde, also wie ihr seht es unten rechts, Yoshi Star Kingdom bei Armethyst. Und wir begeben uns zu Kaskaden Kingdom, denn Kaskaden Kingdom existiert nicht mehr. Das gibt es nicht mehr! Yoshi Star Galaxy aus Mario Galaxy 2. Und das sieht so schön aus. Und die Musik, holy fuck! Ohne Witz, ich finde, das sieht wirklich aus wie ein Legit Galaxy aus Mario Odyssey. Es ist nicht nur von Erzmiss erstellt, aber es haben auch andere Modder mitgewirkt, damit das hier richtig gut wird und richtig gut aussieht, als wäre das eine echte Galaxy aus Mario Odyssey. Und ich glaube, es gibt hier 24 Sterne. Warte, ich gucke mal eben kurz in die Readme-Datei. Weiß das zufällig jemand? Auf jeden Fall gibt es über 20 Sterne, die man sammeln kann. Und das ist mega krass! Waren es 23? Okay, es waren 23, Leute, nicht 24. So, hier ist ein Ministern. Okay, es gibt anscheinend Ministars. Wenn diese Ranke wächst, führt sie dich zu einer anderen Welt. Okay, dann will ich doch mal diesen Apple nehmen. Äh, wait, wait, warum kann ich den nicht nehmen? Kann ich den Apfel nicht nehmen? Was hat das denn mit auf sich? Okay, scheiß drauf. Wir schauen uns ein bisschen um. Und wir haben erst die Ministerne. Und danach kommen die ganzen anderen raus. Und hier ist Joshua Weißleder. Ich dachte, wer ist denn Dubai, mein Freund? Und hier im Baum ist doch bestimmt irgendwas, Alter. Keiner kann mir erzählen, dass er nichts ist. Ich weiß doch genau, dass hier... Ja, ich wusste es, Alter. Ich bin einfach Kelsier Number One, Leute. Nix, aber der Apfel ist für Yoshi. Yoshi, stimmt. Ja, aber das ist ja irgendwie Diskriminierung, oder? Also warum darf Yoshi den essen, aber nicht Marius? Also was hat denn Marius diesen Apfel getan, dass er ihn nicht essen darf? Ich finde das mega uncool. Dann springen wir schön in die Pipe rein. Und sind in der Pipeline. Yo, Sub-Area, was geht? Warte mal, gibt es hier zwei? Weil ich habe gelesen, dass jede Sub-Area zwei Sterne hat. Aber das ist ja nicht mal einer. Hä? Achso, der muss auch sterben, ne? Ja gut, dann hau rein, Diggi. Das war vielleicht ein bisschen böse für den Hater behaupten, aber juckt. Yeah. So, wo ist hier der andere Stern? Besiege alle Gegner und ich gebe dir einen Stern. Hier ist doch bestimmt irgendwo so drunter. Okay, also wenn ich der Entwickler gewesen wäre, hätte ich da einen versteckt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter und gucken, ob wir irgendwie so einen Hauptstern sammeln können. Und dadurch ändert sich die Welt. So, warte mal. Yo. Rein mit dir. Okay, wir probieren das Ganze nochmal. Und jetzt wird das so ein Megawurf. Pass auf. Ja, ich habe das nur nicht geschafft, weil der mir im Weg war. Okay. Nice. Aber, ich werde aber noch nicht hochklettern, liebe Freunde. Denn, wir gehen nochmal komplett zurück mit diesem Bruder. Ich habe den Knopf gedrückt für den Hechtsprung. Nochmal der ganze Spaß. Zack. Ich will es nochmal probieren. Es geht nicht. Ich wusste nicht, dass es nicht funktioniert. Also, wenn ich das in der Hand halte, kann ich damit keinen Hechtsprung machen. Ich glaube, ich muss es vorher werfen. Und erst dann kann ich einen Hechtsprung machen. Aber ich werde das jetzt einfach nochmal machen. Es ist mir schon egal, was ihr denkt. Ha! Das habt ihr nicht gesehen. Und rein, ihr Olga. Nice. Da gehe ich als nächstes hin. Aber erst muss ich hier einen Apfel essen. Weil ich merke schon wieder, wie ungesund meine Ernährung ist. Also, zehn Äpfel am Tag, Leute. Und dann ist eure Ernährung gesund. Egal, was ihr isst. Das ist die Regel. So, aber erst glättern wir hoch. Und zwar, yo, wie hoch geht dieser Ranke, Junge? Halbe Märchen. Was geht? Oh, das sieht... Oh mein Gott. Wie cool sieht das denn aus? Yo, ich bin jetzt mega hungry, wenn ich das sehe. Der Hut hier ist gut aufgehoben. Ja, ich merke schon. Ein kleiner Schlawini. Oh. Das ist ja ein bisschen challenging. Also, es ist super lange her, seitdem ich Galaxy 1 gespielt habe. Deswegen kann ich mich daran nicht mehr so gut erinnern. Ist geil. Ist geil auf jeden Fall. Wow, 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 wow. Das war knapp. Das war knapp. Hier gibt es, glaube ich, auf jeden Fall zwei Sterne. Aber die Frage ist, wo könnte das zweite sein? Ich muss mich halt genauestens umsehen. Yo, wisst ihr, woher mich das hier so ein bisschen erinnert? An Fall Guys. An Hexagon Chaos. Boah, die Map ist so geil, Alter. Uh, let's go. Okay, bevor ich den Stern benutze, um da rüber zu fliegen, würde ich erstmal vorschlagen, da hoch zu klettern. Vielleicht kommen wir in den Himmel und sehen einen Riesen. Yo, was ist hier? Was geht ab? Du hast es hier hoch geschafft. Ich bin beeindruckt. Ja, aber du doch auch. Ich bin auch beeindruckt von dir. Wir sind so richtig hohe wisdoms. Ich bin beeindruckt von dir. Du bist beeindruckt von mir. So sollten Freunde sein. Sollte sich gegenseitig Komplimente machen. Die Map ist übertrieben geil. Yo. Das sieht ja richtig geil aus. Okay, warte. Oh mein Gott, gerade so gerettet. Okay, das ist... Also, ich bin echt beeindruckt. Und ich muss wieder fünf Sterne sammeln. Also, ich finde, das fühlt sich nicht an wie eine Custom Map. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein legit Port aus den Galaxy Spielen. Absolut crazy. Absolut wild. So, was geht denn bei dir? Kann ich dich irgendwie benutzen? Für meine Wünsche? Das klingt ein bisschen falsch. Der längliche Typ da ist gruselig. Okay, bist du jetzt irgendwie am Schämen? Also, nur weil er jetzt ein bisschen länglich ist, denkst du, kannst ihn irgendwie beleidigen. Nur weil er so aussieht, wie er aussieht. Also, das ist... Ich habe wirklich mehr von euch erwartet. So, zack, zack. Aber so machen das nur Noobs. Echte Mario Odyssey-Spieler machen das hier. Ah, schade. Ich wollte eigentlich den Impossible Jump machen. Okay, Freunde, wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber es fehlen immer noch mega viele Sterne. Aber ich habe das Gefühl, hier haben wir alles. Deswegen begeben wir uns zur nächsten Insel, zur nächsten Island. Übrigens, Leute, wir haben schon mal eine Version von der Map gespielt. Aber das war eine ganz veraltete, crappy Version. Also, sie war nicht wirklich crappy, aber sie war mega buggy und es gab nicht so viel zu holen. Bei der alten Version, die wir gespielt haben, gab es eine Stelle, da waren wir auf einmal in dieser Laber-Welt von Mario 64. Aber ich glaube, das ist hier nicht mehr der Fall. Yo, ich fliege ja so crazy. Okay, was haben wir hier? Das sieht auch ziemlich geil aus. Also, generell, diese ganze Welt ist einfach nur mega nice. So, ich glaube, für diese Schubladen bin ich einfach nur zu schwach. Das stimmt. Du hast hier auch keine Muckis im Gegensatz zu Marius. Äh, ist hier oben irgendwas Relevantes oder... Okay, Marius, also wenn ich hochkletter, dann springst du eben nicht runter. So, ich habe die Röhre gefunden. Ich bin so stolz auf mich. Schön, aber ich würde gerne gucken, was da... Ja, da geht es wahrscheinlich weiter, ne? Okay, erst gehe ich hier rein. Yo, was ist das? Einfach eine ganz andere Galaxie. Okay, Freunde, es ist nicht eine Galaxie, es sind zwei Galaxien in dieser Mod. Ja, wenn eine Galaxie nicht reicht, dann muss man einfach übertreiben. Das sieht so gut aus. Also, ich bin einfach nur beeindruckt. Ich bin einfach nur von allem beeindruckt, was diese Mod zu bieten hat. Das sieht einfach aus wie ein legit... Also, als würde das zu Mario Odyssey gehören. Als wäre das ein legit DLC von Mr. Nintendo. So wirkt das für mich. So, weiter geht's, Freunde. Wir haben schon so viele Monde. Let's go. Wow, dieses Örtchen kenne ich doch. Ich will da hoch, aber ich bin schon viele Male runtergefallen. Ja, dann bist du einfach schlecht. Okay, es gibt eine 2D-Passage. Und hier können wir uns ein bisschen freier bewegen, auf jeden Fall. Außer bei der 2D-Passage. Ich gehe erst in die Pipe, weil das ist wieder so eine Sub-Area. Bevor ich die vergesse. Was? Da gehen wir später hin. What the fuck? Was ist diese Mods? Das sind ja verschiedene Welten einfach. So, jetzt die Frage, machen wir erst die 2D-Passage oder... Wir machen erst die 2D-Passage. Okay, warte mal, was... Ah, okay, jetzt fahren wir hier runter und Yoshi beobachtet uns. Was geht, Yoshi? Ich bin eine Wandbemalung. Wirklich, das ist, glaube ich, die beste... Und das ist nicht übertrieben. Das ist die beste Mario Odyssey Mod, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe schon so einige Mario Odyssey Mods und krasse Maps gespielt. Aber das ist hier einfach nur extrem gut gemacht. Ähm, das Ding ist... Ich will halt wissen, was da unten ist. Deswegen gucke ich da jetzt nach. Auch wenn ich sterbe. Okay, ich sterbe. Ich will natürlich alle Sterne haben, die hier existieren. Und keine halbe Scheiße machen hier. Keine halben Sachen. Okay, und hier können wir wieder... Durch die Röhre? Let's go! Oh, warte mal. Ist hier ein Bossfight? Jo, hier ist einfach ein Bossfight. Die Wolken-Galaxie. Ja, da gehen wir noch hin, Leute. Da gehen wir noch hin. Keine Angst. Ich will mir erst hier alles holen. Und danach gehen wir uns in Wolken-Galaxie. Genau, hier war der Blitz-Lucky-Tour. Und jetzt hier einfach nur so ein Whacker-Hase. Ich gehe mal erst in die Pipe rein. Mal schauen, was in der Pipe ist. Vielleicht ist da noch eine andere Galaxie. Hier sind ja anscheinend 500 Millionen. Ja, what the fuck? Hier geht es einfach weiter. I guess. So, das geht einfach in die Lava rein. Aber das sind so Plattformen, wo ich raufspringen kann. Da geht es anscheinend weiter. Oh, hey, warum klaust du meine Mütze? Was ist dein Problem? Huh? Komm her, du Klo. Also, ich kann verstehen, warum Leute sagen, dass es die beste Modifikation, die existiert. Weil offensichtlich ist es die beste Modifikation, die existiert. Ach so. Kannst du bitte diese nervigen Pflanzen vernichten? Das kann ich gerne tun, aber nur, wenn ich dafür einen Sterne halte. Ich bringe einfach mal alle um. Nur, um zu sehen, ob sich dann wirklich... Also, ob sich irgendwas verändert, oder ich dadurch einen Sterne halte. Lackt das nur bei mir? Ja. Du bist die einzige Person, bei der es laggt. Haha, aber die lags und bei den anderen nicht. Komm, gib mir eine Belohnung dafür, dass ich alle umbringe. Wenigstens eine. Als ob ich wirklich eine Belohnung erhalten habe. What the fuck? Und ich dachte schon, ich mache das umsonst. Geil, 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 Freunde. Wir haben jetzt richtig viele. Wir haben richtig viele Stars. Irgendwas sagt mir, dass hier auch nur zwei Sterne sind. Ey, wie groß das einfach ist. What the fuck? Oh, da ist das Star. Und es ist mit Zeit. Fuck, 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 fuck. Let's go, let's go, let's go, let's go. Beilung, 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 Beilung. Speedrun! Den kriegen wir... Oh, her damit! Der gehört uns! Nice. Jo, die Musik ist ja so geil, Alter. Ich liebe alles daran. Ach ja, wir brauchen Goombas, ne? Die Frage ist, wie viele? Ich muss mal kurz nachbucken, Leute. Er will, dass ich mir so neun gette. So, ich würde sagen, wir fangen hier an. Leider hat uns das verletzt, aber juckt. So, kommt mal zu mir, weil ich kann nicht so hoch springen. Ja, ich bin nur ein wilder Goomba. Yeah, Party! Yeah! Okay, vier. Ich glaube, die restlichen müssten auf jeden Fall hier sein. Und let's go! Wir benutzen jetzt einfach mal das. Okay, es bringt mich einfach wieder zurück. Warte, es waren wirklich nur zwei Sterne? Shit, ist hier nichts mehr? Das heißt, uns fehlen zwei Sterne, die wir auf jeden Fall noch brauchen, um das 100% durchzuspielen. Okay, das war die ganze Galaxie. Also, sie sah ein bisschen größer aus, als sie ist. Aber es ist trotzdem krass. Ab in die Upworld. Wir suchen jetzt nach den letzten zwei Sternen. Zack. Komm, wir räumen hier mal ein bisschen auf. Vielleicht bekommen wir dadurch tatsächlich einen Stern. Der Luma hat irgendwas mit alle Stachis gesagt. Wirklich? Alle Stachis? Ah, okay, wir müssen wirklich alle Stachis killen. Okay, ja gut, dann werde ich jetzt erstmal alle Stachis killen. Das geht. Okay, das war's. Dann haben wir den ersten Stern schon mal gefunden. Dann fehlt noch der andere. So, mein Gott sagt mir, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Ist jetzt einfach nur in der Suche. Also, ich fühle mich gerade, als wäre Ostern. Rechte Seite. Aber da war ich doch schon. Da ist doch gar nichts. Oder soll ich hier hin? Also, da sind Knochen, ja. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Interesting. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Das waren alle Sterne. Ey, ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin absolut beeindruckt, was die Modder und vor allem der Main-Modder hier geschaffen hat. Absolut crazy, Leute. Absolut crazy. Also, Amethyst oder Amethyst, wenn du das siehst, Respekt. Ja, ich ziehe meinen Hut. Ich habe meinen Hut gezogen. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute. Ja. Buh. Ich habe meinen Hut, ich weiß, dass sie gelint. Ich habe meinen Hut. Ich habe meinen Hut. Ich habe meinen Hut, ich habe einen Hut. Ich habe einen Hut, ich habe den Hut. Ich bin einfach nur in den Hut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017